Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Koko Sonne, Coaching-Autorin für autobiografisches Schreiben. Der Hack der Woche lautet, je größer die Schwellenangst, desto größer deine Belohnung. Du stehst am Anfang deiner Autobiografie und hast wahnsinnige Schwellenängste. Umso wichtiger ist die Belohnung, wenn du auch nur ein Wort geschrieben hast. Das erste Wort in deiner Autobiografie sollte gefeiert werden. Denn nur du allein weißt, was in dieser Schwellenangst steckt. Dein Unterbewusstsein hat Alarm, Alarm, Alarm gerufen, weil jetzt wahrscheinlich Dinge hochkommen, die dein Leben total verändern und auch dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert erweitern werden. Aber du gehst durch den Prozess der Selbsterkennung und daher auch diese Ängste. Belohne dich also ganz, ganz toll, wenn du dein einziges, dein erstes Wort der Autobiografie oder deines autobiografischen Textes geschrieben hast. Autobiografisches Schreiben läuft gegen die Leistungsgesellschaft, rudert gegen den Leistungsgedanken. Es geht um Selbstliebe und bedingungslose Selbstakzeptanz. Das ist das ganz große Metaziel des autobiografischen Schreibens. Wenn du mehr von meiner Arbeit kennenlernen möchtest, immer Mittwochabend und Donnerstagvormittag gibt es ein kostenloses Live-Training auf Zoom. Die Links findest du oberhalb oder unterhalb dieses Videos. Viel Kraft bei der Umsetzung, viel Mut, dich selbst zu lieben. Deine Coco Deine Coco Deine Coco Deine Coco Deine Coco Deine Coco